Aber die Schlacht um Mittelerde hat erst begonnen. Bei mir ist das eigentlich auch egal. Sollte halt eine relativ ausgeglichene Karte sein am besten. Ja. Wenn wir sowas wie Hollin. Komm, nimm mal Minas Tirith. Das finde ich ziemlich ausgeglichen. Sehr eh. The Old Forest. Pforte von Rohan. 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 Das ist dir vollkommen egal, oder? Ja, mir ist das eigentlich vollkommen egal. Soll man einfach mal Rohan spielen? Ist halt relativ klein die Map. Nimm mal Rohan. Okay. Dann werde ich hier noch den Timer stellen, dass ich weiß wie lange ungefähr wir im Spiel sind. Die Regeln sind alle auf Standard. Da kann ich ja jetzt loslegen. Nun gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ja. Ebenfalls. Hm. Interessant. So. Das Auge beobachtet uns. Wacht, was ein Besolder. So, ich drücke auf Start. Im Timer. So. Hm. Das neue Erhalte ist hier zu tun. Los weiter. Macht es nützlich. Die Höhle ist bereit. Arbeitet an eurer Einstellung. Beeilung, ihr Schnecken. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir haben viel zu tun. Das neue Gebäude ist fertig. Was? Noch mehr Ortenkrieger. Arbeiter. Habt ihr das gehört? Hier gibt es immer Arbeit. Sammeln. Vorwärtsmarsch. Zubefehl. Nicht stehen bleiben. Bereit. Los. Da ist der Fall. Ah, du hast Orts gehört. Sammelt euch. Da ist Orts. Das ist natürlich nicht ganz so nett. Hä? Das Lager des Feindes. Belegt euch. Das Gebäude ist fertig. Nicht stehen bleiben. Los. Ihr wimmelt es vom Feinden. Zubefehl. Wir wären dann fertig. Kommt schon. Hä? Nicht stehen bleiben. Kommt schon. Was? Hier. Kommt schon. Hä? Nicht stehen bleiben. Wir sind auf eine Bade gestoßen. Sammelt euch. Ach, Krieger. Was? Zubefehl. Was? Musik wird jetzt. Ich dachte wir sind fertig. Bereit? Vorwärtsmarsch! Sammeln. Wir hatten den Feind gefunden. Strennt es nieder. Was? Kommt schon. Heißt alles ein. Ärgerlich. Wir haben eine neue Höhle. Wo ist der Feind? Was war das? Was war das? Wir sind bereit. Hier drüben ist der Stützpunkt. Wo ist der Feind? Das Gebäude ist fertig. Was? Sammelt euch. Wir haben den Feind gefunden. Zerstört alles. Der Feind dreigt uns an. Wir haben den Feind. Schnell! 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 Noch mehr Ork-Krieger! Habt ihr das gehört? Haltet euer Werkzeug bereit! Hier gibt es immer Arbeit! Ruhe jetzt! Ich dachte wir sind fertig! Ich bin fertig. Ich bin fertig. Mach dich nichts. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Was war das? Noch mehr Ork-Krieger! Ruhe jetzt! Wir haben keine Rohstoffe! Das sind die Gebäude unserer Feinde! Euer König ist hier! Das neue Gebäude ist fertig! Wir greifen kurz an! Das ist nieder! Habt ihr das gehört? Komm schon! Komm schon! Macht euch bereit! Gut, der Feinde! Die Höhle ist bereit! Euer König! Macht, was euch befolgen wird! Unsere Bogenschützen sind verhält! Baut! Schnell! Krieger! Schnell! Wir werden angegriffen! Euer König! Ich glaube, ich rieche den Feind! Was war das? Was? Hm. Dieses Land wird uns gehören! Die Burgenschützen sind hier! Euer König spricht! Macht euch bereit, Orks! Noch mehr Ork-Krieger! Dieses Land wird uns gehören! Der Truppen können wir nicht befehligen! Was sollen wir sonst noch bauen? Ich höre! Verneigt euch vor mir, ihr Magen! Wir haben eine neue Knuft erschaffen! Los! Ein Höhletroll! Bringt ihn zu Fall, wenn er näher kommt! Nehmt sie auseinander! Habt ihr das gehört? Verhält euch! Sie greifen uns an! Vorwärtsmarsch! Wir haben kaum noch Rohstoffe! Wir haben kaum noch Rohstoffe! Wir parken! Seid auf der Hut! Jetzt! Erschlag! Mach mir um! Ork-Krieger! Macht euch bereit, Orks! Ich höre! Sammeln! Arbeiter! Da können wir nichts bauen! Das Gebäude ist fertig! Das Gebäude ist fertig! Ihr werdet nicht gefaulet! Dieses Land wird uns gehören! Noch mehr Ork-Krieger! Hier werden sie überrennen! Ich höre! Zum Befehl! Dieses Land wird uns gehören! Ich befind niemand! Oh, es sind gerade vier Zuschauer jetzt bei mir im Stream! Neuer hat sich gezählt! Wir haben eine neue Kluft gegraben! Baut! Dieses Land wird uns gehören! Oh, bei mir guckt gerade keiner zu! Na gut, bei den Vieren ist glaube ich... Ist einer bin ich selbst oder so! Keine Ahnung, wie das da... ...verschnet wird! Du hast mich jetzt auf jeden Fall sehr damit geärgert, mit deinen Anfangsangriffen! Macht euch vor mir, ihr Maden! Euer König spricht! Dieses Land wird uns gehören! Das sind die Gebäude unserer Feinde, euch froh mir, ihr Maden! Da ist der Feinde! Was sollen wir tun? Das neue Gebäude ist so wenig! Dieses Land wird uns gehören! Wir greifen los an! Dieses Land wird uns gehören! Wir haben eine neue Kluft erschaffen! Wir werden angegriffen! Ich würde schon fast sagen, dass ich das war! Da wirst du meine Festung wahrscheinlich nicht plätten können, aber ich habe halt keine Möglichkeit auf den Gegenschlag. Dieses Land wird uns gehören. Ich höre, wir werden sie überrennen. Ach, das war's. Ach, das war's. Ich höre, wir sind so nah! Ich verspämt niemand! Sie machen euch bereit, Orks! Wir greifen an! Oh, das war's. Ja, das... Das war's. Ich hab halt gespammt. Ja. Das war... Hm. muss man mit orks halt machen wir doch muss man aggressiv spielen ja verständlich ich überlege gerade ob ich irgendwie noch ob ich irgendwie zeit hätte raus spielen können hätte ich verteidigungsgebäude für die festung gebaut aber schlussendlich erst so oder so darin geendet dass ich jetzt verliere aber gut war ihr seid so gut ich eigentlich auch nicht anders erwartet gucke ich hier noch in die statistiken ja vielleicht du hast ja hast am anfang in die turm wachen gebaut habe ich gesehen ja vielleicht ist ein bisschen teuer dafür hättest halt zwei gondor soldaten trupps halt rausgekriegt ja bei den trupps ist halt habe ich das blöde gefühl gemacht genauso wie bei den normalen gondor burgenschützen dass die viel zu schnell sterben naja ja und die orks sind ja eh so eine fraktion mit der man ständen kann du musst mit denen quasi das film ja ja so kommen wenn die ganz normalen krieger grad mal sieben grad mal 75 ressourcen kosten dann hat man auch gar nichts anderes dann praktisch Vielen Dank.